Ich mach erstmal den hier Ich find das Teil einfach so schnucklig So und ich zack Alter Du sollst dich nicht umbringen, du sollst dich bloß auf den Boden der Tatsachen zurückbringen Ja, ja Ja, wollte er mich ablegen Noch einmal Ich muss jetzt alles rausholen aus den Mongos Der lenkt mich schon wieder ab Und ich grab mal hier Zack, hier nur weg Komm schon, die machen wir doch alle fertig hier Zack Jetzt werde ich wieder von hinten angeschlagen Nein Jetzt sind wir einfach zu viel in der Ecke Ja Jetzt ist der Sack Spring! Alter Was ist das denn langsam? Was ist denn nicht so langsam? Nein Ach jetzt kann er wieder auf einmal rennen Abstand halten So In dein Gesicht Deine Mutter Sag mal komm hier unendlich oder was ist hier los? Sieht so aus als ob wir unendlich kämen Dann lassen wir uns mal nicht weiter stören hier Erstmal hier interagieren Ach jetzt kommen noch Roboter dazu Oh wie ich eigentlich voll getroffen hab Ich muss da hoch springen Ich muss da hoch springen Ja 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 Schon besser Interagieren Lenkt sie ab Ja Kommt zu Papa Hier haben wir wieder einen grabben hier Jetzt noch Zeit Nochmal einen grabben Selber move wie vorhin Mit einem Flammenwerfer wie süß Ach da hinten ist einer Ein Sniperly Nein Jetzt wären die zum Hauproblem oder was? Alter. Jetzt springe ich ganz sicherlich nicht hoch. Jetzt springe ich da hoch. So, da haben wir dich. Da war es ein etwas langwieriger Kandidat, aber letzten Endes läuft es doch immer wieder aufs Selby hinaus. Wieder rumwuhlen. So, was kommt jetzt? Ah, die Türen öffnen. Wow. Wenn das jetzt jedes Mal so wäre, wenn man dann die Tür öffnet, dann flippe ich aus. Damals ist uns gegen Wayland gekämpft. Wisst ihr noch? Was erwartet uns? Oh, so viele Medi-Packs, das heißt nichts Gutes, aber erst mal hier. Das kann man gut gebrauchen. Jetzt kommt bestimmt wieder so ein fetter Big Boss Battle, wo ich keine Chance habe. Sonst irgendwas in der Nähe, da hinten. Leben, Leben, sonst nichts. Ah, jetzt wird es interessant. Was kommt jetzt? Ist ja schon eigentlich fast das Ende. Bis zum nächsten Mal, sich bereits über der Das ist zufällig die Xenomorph-Äh, Xenomorph-Heimatwelt. Kann das sein? Oh, da hinten geht was auf. Totale Vernichtung, oder was? So sieht das wohl aus. Oh, 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 oh. Das wird das Big Boss Battle. Oh, 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 oh. weg. Ja, jetzt tun wir gleich zwei Leben auf einmal ab. Sollst du hinspringen. Alter. Alter, ist der schnell. Der springt wahrscheinlich gleich bei fünf Felder. Nicht in die Lava rennen. Okay, nur springend vorbewegen. Alter, ist der schnell. In die Lava gerannt. Ich bin so cool. Alter, das Viech. Mit dem ist er mich. Komm nur her. Was? Was hat jetzt mir so viel Leben abgezogen? Hä? Ja, das ist mir hier so ein richtig geiler Endgegner. Was weiß ich eigentlich, wenn ich da raufballer? Gar nichts. Gott. Das Viech kommt aber bedrohlich nahe. Boah, wie es direkt hinter mir ist. Ja, zieh mir 50 Leben auf einmal ab. Kriegt man richtig Schiss, wenn man gegen das spielen muss. Das will mich wohl aufregen. So. Das kann jetzt wieder was werden. Probier's mal hier mit der Methode. Mine! Heilen. Du bist nicht furchteinflößend. Du bist bloß fett und hässlich. Ja, klar! Ich drück Shift und spring. Wisst ihr, das ist jetzt wieder so ein Mongo Viech, wo man 20 Versuche braucht, dass er die Statistik so richtig schön nach unten zieht. Komm, ich will jetzt nur noch sofort. Nur noch springen. Spring. Spring. Das Viech ist wahrscheinlich genau hinter mir. Das ist genau hinter mir. Boah, schnell weg hier. Ja, und kaum renne ich krieg das nicht mal auf die Reihe. Alter, das Viech, das ist so ein Mongo Viech. Du hast mich verpissen, Junge. Boah, wie ich Eisgalt daneben schmeiß. Boah, wie ich ihn nicht findeigear? Du hast mich nicht verpasst. ! Und jeden Tag heit, dieser Tatatage wird eigentlich voll, stolz. таким Te enem. Bei einem Kommentar sie, unterräumved... auch ... ... ... ... ... Vielen Dank.